all die sich die schlögerlich sehen Willkommen zu einer Folge Betruss mit dem Lieben einmal kurz aber hier und sich abonnieren und sich und in der Beschreibung sind sich der Ding zu seinem Kanal okay das wird sagen wir gehen schon mal zu lassen für täglich neue Videos die Erwanderung steht ich kann ja okay die wollen auch schon zu mittebauen alles klar nice das ist ein klein warte ich hole es nicht ins Bett Hau ab man ich hab's okay mach du oder so Alter ist wirklich da weißt du der hat nicht wie du einfach wartet und denkst oh der steht ja am Weg aber trotzdem holst du irgendwie mit deinem X-Ray nach das Bett wirklich halt hartniss ich will jetzt auch noch mal sehen wie das aussieht der steht denn hier drin und du guckst mir zu alter das sah so richtig geil aus orange wohnt sich die Mitte ist orange dein anderer Nachbar ja ah ich bin da und einer lebt noch nicht ich hab den nicht gesehen pass auf der könnte kommen das hab ich auch so gesagt da ist einer warte aber dann kriegst du ich muss mich nennen zu orange ja ja oh shit der hat schon gesaved glaube ich ach bitte sieg mich ok bogen von dem da nice der blaue ist jetzt äh equipped ich weiß nicht ob der weiß dass ich da bin ich glaub der weiß das eher nicht so ist es ist nein der einer hat nicht kommen die zu uns keine Ahnung dieser Max Rider äh ne nicht der sondern kurz kurz im blauen oder ja ich muss gucken wo der ist weil bei sich oder ja der ist bei sich aber der ist full equipped halt äh ja ich würd mal sagen easy get my ten heart in your face oh nein ich bin runter gefallen jag mich doch oh gott ist der dumm der macht das auch noch ah ok blau ist raus hab ihn hab äh orange nice wir müssen jetzt schnell in die Mitte ja geh du schon mal in die Mitte ich komm nach rot wie gold see er ist runter geflaufen ah geflaufen er ist runter geflaufen hättest du gedacht dass er einfach runterflauft natürlich er ist er läuft nochmal runter es ist so geil hey ist das ein stevie nein dieser elli gamer vor allem wäre er sogar noch in nem plan mit dem anderen scheiße scheiße grüne grün ist in der Mitte gerade ne oh warte ich schieße den runter oh shit äh ich weiß bloß dass das von Tören kostet hat oder sowas wir müssen aufbauen dass keiner sich zu blau baut also die anderen von blau nicht der grüne wird was der grüne will ruie da in der Mitte easy get my 10 hardt alter ich brauche mich zu denen du grün jo mach durch ja der eine grüne gambelt immer noch in der Mitte rum ne ja aber ich will mir den grad Ja, der sammelt gerade das Ganze. Kriegst du das Bett? Naja, er ist runtergelaufen, aber trotzdem habe ich ihn vorgehipt. Der Grüne kommt zu dir. Hab ihn. Ach man, ich rück noch. Ich rück's dir. Der schwarze will, glaube ich, zu und sind wir orange. Oh, ja, wir sind gelb. Orange ist unser Nachbar. Wir sollten uns, warte. Hab ihn nicht getroffen. Ich mach mir mal ein bisschen equip. Ich bin nicht wirklich gut im Wohin. Oh Gott, ich bin jetzt gerade fast runtergelaufen wie der Rote gerade oder welches Team auch immer das war. Ja, es war so geil aus. Das habe ich nicht abgenommen, da können sie sich schicken. Beide voll gekocht. Steck mich mal hoch. Ich habe jetzt so Randy-mäßig mir jetzt eine Eisenpicke gemacht. Juck mich nicht, weil ich nur zwei Gold hatte. Wird eines fast down. Ich baue mich mal zu denen, wa? Another down. Nice. Ach, du bist schon da. Ja. Ja, nice, komm. Willst du die Kills? Ja, komm, du kostest die Kills wegen KD. Und jetzt das epische. Nice. Okay, dann macht er. Pink, pink, pink. Wo sind denn die? Ich glaube, das sind die Nachbarn von Blau. Das könnte nämlich noch gefährlich werden. Das ist der Niki-Natoro. Nee, der Niki-Nator-G. Ah, alles klar. Wieso ist das G? Ah, die beiden bauen sich gerade zu. Die sind so dumm, ne? Die sind so richtig dumm. Komm nach. Nice. Oh, ey. Ja, hunge, wir haben einen neuen Bau-Spammer für Legendaries gefunden. Yay. Ich kann nichts mit euch. Hier, komm, ich baue dir auch eine Treppe. Prinzessin. Ach, der Vollkotten zweimal mit oben. Pass auf, da ist noch eine Lücke. Ja, komm, hier. Auch schade. Ja, kann ich nicht. Ich baue das Bad up wieder, dann kannst du wieder die Kills haben. Easy win. Trifft dich. Oh, shit, ich bin auch noch was da umgegangen. Ey, danke, dass du mir die Kills gegeben hast. Neun Kills. Ich verpasst du, nein, Akadik. Ich würde sagen, hängst du noch eine Runde. Warte, wie lange gegen die Runde? Sechs Minuten willst du noch eine Runde hinten dran? Ach komm, eine hängen wir noch hinten dran, oder? Jo, okay. Dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut. Bis gleich. Jo, Leute, willkommen zur zweiten Runde auf der Map Village. Immer noch mit dem lieben Bycraft. Hey, ho, geht's hier. Hi. Nicht mehr über alles wegsneckt. Alter, was für einen Ping hast du? Hä, bist du dumm? Man kann sich doch einfach daneben stellen. Achso, genau. Ich war gerade, ich habe kurz, weil wir uns wegen Leidner nicht, dass die dann sagen, die können nicht oder sowas. Weil wir es ausgemacht haben. Ich habe Screens mit dem Lieder. Oh mein Gott. So viel dazu. So viel dazu. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Nein, nein, nein. Das war alles zu spät. Ich bin halt in den F5 gegangen. Das war alles nur gefakt, also nicht wundern. Ja, wir wollen die Runde ja spannend für die Gegner machen. Ja, genau. Weil sonst ist es ja eigentlich richtig unfair, weil wir sind viel zu krass. Ja. Alles klar. Ja gut, ich gebe ihm halt einen Hit mehr als er mir und ich sterbe, obwohl ich Rüstung habe. Aber naja, ich hatte gerade auch ein bisschen Lacks. Ich dachte, du hättest das schon weitergebaut, deswegen bin ich da einfach gesprungen und in den Tod gesprungen. Nein, der gelbe Safe Gold. Ja, und wen juckt's, Junge? Der macht uns, der macht uns, ach, der ist alleine. So viel dazu. Das ist Yannick, das ist Yannick. Oh, der ist vorne. Alter, Rot ist gut. Rot ist aus WLAN. Scheiße, die Target in uns. Scheiße. Ich bin Base, ich bin Base, alles gut. Aber es ist verdurte. Komm Gott, ich bin gar tot. Shit, der kann Breeze, Alter. Ich muss das auch mal lernen. Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt. Pass auf. Ja, ich mach mir gerade die Club. Mein Ex-Clan, solange die keine CWs machen, ne? Scheiße, der steckt sich hoch. Nein. Fuck, Mann. Es gefällt. Ich baue das Bett mit Truhe ein. Hab ihn. Hast du ihn? Als ob ich wenig Knockback der bekommt. Hab ihn. Okay, nice. LOL. Ich habe mir drei Heats in der Luft gegeben. Okay, ach, der zweite kommt, der zweite kommt, ne? Ja, ich hab einen Koppel. Da zeigt der Romeo wieder, was er kann. Alter, Bad-Auto-Clicker. Ist klar. Ach, Leute. Warte mal kurz auf. Alter. Oh Gott, das war jetzt fail. Okay, der, der Grüne gibt auf jeden Fall Gas, muss man sagen, wie er in die Mitte geht. Ist auf jeden Fall intense. Ja, ist so. Also, der wird noch eine richtige Gefahr für uns. Ja, wenn der jetzt unser Bett abbaut, ne? Ich geh mal lieber. Ab einen. Alter, scheiße. Warte, ich kille einmal kurz den Grünen, dann haben wir sozusagen das Deathmatch gegen die. Weil ich hab keinen Bock, dass der, dass die uns, äh, dass der Grüne uns jetzt abfuckt. Fuck. Nein, nein, der geht, der geht nicht zu uns. Alles gut. Ich spring runter, sobald ich das Bett hab. Das ist ein Golds-Helder. Ja. Scheiße, der geht zu uns. Ich bin da. Pass auf, der ist full equipped, ne? Okay, nice. Ich muss nur den Bogen machen. Ja. Komm, ich geh drauf und lenk dir ab und du holst den Bogen. Ja. Jump ins Wasser. Wie, wie ist dein Gold? Der bohrt da denn schon wieder, Alter. Ich könnte ausrassen. Alles klar. Wie weit ich halt auch wieder fliege, Alter. Pass auf, die kommen, ne? Was bist du? Du denkst, es juckt mich? Ganz harter Boy. Weißt du, ganz genau. Ja, ist so. Ich will da nicht pushen. Ich hab mir jetzt mit zwölf Gold, ähm, Stärke trank und, ähm, Eisenstadt gemacht. Ja, wir müssen jetzt nur, ähm, gucken, dass sie nicht... Achtung, da kommt einer. Erst sprung. Die Stärke. Ja, ich hab's überlebt. Ey, der gibt mir Kombo des Todes, Alter. Oh mein Gott. Ja, komm hoch, schnell, Mann. Ja, das ist nicht so einfach. Guck mal, aber ich bin da unten. Ich hab mich ganz knapp noch mit dem Cop-Web gerettet. What the fuck? Ja, ganz unten mit dem Double-Cop-Web. Am... Alter fuck. Ich hab vergessen, mich ins Cop-Up zu setzen. Deine will Goldsägen. Nein, 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 nein. Christin? Ich war hier zum Nestern. Ah, ups. Wir beide? Nice. Christus Bett? Ich komme. Glaube. Ich spawn-trap die. Alles klar. Intense? Okay, ja, die Runde ging... 5 Minuten, also ist ein 11-Minuten-Video von dir. Jo, nice, ne? Ich würd mal sagen, das war's dann auch mit der Runde von heute. Warte, warte, warte. GG von... Okay, ich würd sagen, schau beim lieben Willcraft vorbei. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Und tülü. Ich laut ruhig... dist hell. Ich würde... Ich würde dich tun, Danke. Danke.